Am 8. Mai wurde der Werner-Stache-Weg an der Burgstädter Straße in Mitweider vom Oberbürgermeister Matthias Damm offiziell eingeweiht. Die Stadt würdigt damit den ehemaligen Mitweider-Fabrikbesitzer Werner Stache. Er hatte am 15. April die Stadt kampflos an die US-amerikanischen Truppen übergeben und Mitweider so vor der Zerstörung bewahrt. Stache gründete einst die Wollwarenfabrik an der Burgstädter Straße, in der sich heute ein Oldtimer-Service befindet. Aus diesem Anlass war auch der Neffe Rolf Stache nach Mitweider gekommen. Gemeinsam mit Matthias Damm enthüllte er das neue Schild auf dem Gehweg und nahm die Ehrung seines Onkels entgegen. Anlässlich zu diesem Jahrestag fand ebenfalls am Mahnmal in den Schwanenteichanlagen eine Kranzniederlegung statt. Oberbürgermeister Matthias Damm erinnerte an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren in Europa. Am 8. Mai 1945 war die Kapitulationsurkunde der deutschen Wehrmacht offiziell unterzeichnet worden. aber die Regulation locker dort geschossen ist. Am 8. Mai 1945 war die Name im Saarland neu stammt knassen. Am 9. Mai 1945 war die Bostonnieder Money대�第二